Königinnentag Mit 166 verschiedenen Nationen Somit ist Amsterdam die Stadt in der Welt Mit den meisten verschiedenen Nationen weltweit Ich möchte euch heute ein paar Einflüsse zeigen Kommt Königinnentag in Amsterdam Ich wünsche euch ganz herzlich und Spaß damit Genießt die Bilder, genießt die Sonne, genießt die fröhlichen Menschen Und wir sehen uns bald wieder In gewohnter Form mit dickem Make-up und Fummel und Perücke Tja wie man es von mir kennt Bis dahin wie gesagt viel Spaß mit den Königinnentag in Amsterdam 2012 Macht's gut, bis demnächst wieder euer Gina Oder in diesem Fall euer Jets Ciao Tja wieap weis Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's für heute.